Hallo, mein Name ist Michael, der schöne Michael. Ich bin ausdrucksstark und wandelbar. Wuster aus Küche. Was macht Blink-Holke? Business-Trainer für dicke Zunge raus. Ich fand aber den Gag mit dem Slenderman geil. Was macht Slenderman? Leute, die Autofahrer im Wald erschrecken. Wenn sie vorbeifahren, das Auto fährt irgendwo dagegen und er steht da. Ich nehme einfach mein Handy her. Ich habe halt eine Smart-Maus. WSAD läuft. Läuft. Ja, also dann Schnippenhof, oder? Ihr zwei holt euch die Putt links und rechts. Schaut bitte. Ich die rechts. Verdammt, das hat mich jetzt irritiert. Dass ich so viel Text habe, gell? Alex, warum sagst du was? Warum sagst du was? Dann könnten wir direkt weitermachen, wenn der Franz sicher nicht sein hübsches Mütlein voll haben würde. Kritte-Schön wäre ein super Name für den Hit. Äh, für den Schurken. Ich weiß jetzt nicht mehr. Verdammt nochmal. Das war so ein toller Name. Ich hätte mir direkt aufschreiben müssen. Gleich patentieren. Gleich patentieren, direkt sichern. Krittchen. Schnee-Krittchen war es. Krittchen Müller. Schnee-Krittchen war es. Schnee-Krittchen. Ich habe nicht mehr gewonnen. Hast du es jetzt dann? Gleich? Oh nein! Nein! In 7 Sekunden wären es noch gewesen. Ich habe verloren. Na gut, dann drehen wir euch nur als Choice. Drehen wir halt nur als Choice. Und passt bitte auf, dass der Tank die Aggro hält. Die Aggro hält. Eih, Eih. Und passt bitte auf, dass der Tank die Aggro hält. Der Tank die Aggro. Pass bitte auf, dass der Tank nicht die Aggro verliert. Denn der Boss war nicht mit der Aggro. Das war ein einfacher Text. Ich komme meine Texte komplett aus. Ja, der Alex. Er hat sie noch nicht einmal versprochen, der Alex. So, dann können wir jetzt endlich loslegen. Endlich der vierte Mann im Bunde. Ah, Klaus. Sehr gut, endlich. Es war zu spät. Es war viel schnell. Klaus, es ist sehr einfach. Nicht in die Void Zones laufen, nicht zu weit links, dass du die pattAh hinten nicht holst. Es ist so einfach, mach doch nicht dh! Ja, mach das einfach. Das ist mir jetzt ganz ernst. So, dann können wir auch direkt losleben. Losleben! Liebe einfach voll. Liebe deinen Traum, denn du bist wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was richtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Greif nach den Sternen, du bist so weit. Glaub nicht, bald ist es so weit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Das war eine Referenz zu One Piece, wie der 85 Millionen Menschen in Deutschland oder weltweit? Deutschland. In Deutschland sind es 85 Millionen, ganz schön viele, würde ich sagen. 90 Jahre haben wir insgesamt. Ja, 5.000 können es. 5 Millionen. Verdammt, ich kann so gut rechnen, ich bin so gut im Deutsch. Hi, wir sind so schön. Wir sind ausdrucksstark. Woher? Womit waren wir da? Nein, 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 nein. Erstort. Okay, alles klar. Leute, war jetzt ein bisschen... Das war mir gerade ein bisschen zu nah. Du bist gerade voll in meine Komfortzone, ey. Erzähl! Und das machen wir nicht mal absichtlich. Jetzt sind wir beide im Bilde. Ausdruckstark. Wandelbar. Erstmal natürlich... Ich muss den Anime-Manga-Card... Das gehört vollkommen. Penis. Über 85.000 Menschen... Nein, Millionen. Über 85 Millionen... Über 85 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig... Der Verdammt. Über 5,8 Millionen. Das war Absicht. So, weiter. Direkt. Ohne Wenn und Aber. Wir wollen hier keine Outtakes produzieren.